So, da seid ihr wieder. Hallo, hallo, hallo. Ja, genau, ich habe nämlich gerade falsch gerechnet. Wir sind ja von da gekommen. Das ist ja alles richtig. Jetzt muss man bloß mal gucken. Ich muss mir mal die Züge angucken. Also ist einmal der hier, ne? Ja. Ne. Acht, neun. So, zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Elfstück stimmt. So, und der andere wäre hier. Eins, zwei, drei, vier wäre auf der drüben liegenden Seite. Das sind die hier. Ne? Auch elf. Vier, fünf, sechs. Jetzt muss ich bloß gucken, wo die sechs ist. Und das ist die sechs. Ja, genau. Zwo, vier, sechs, acht. Genau, die acht Stück. Hier rüber. Jo, genau. So, jetzt muss ich eigentlich mal. Ja, nicht vor allem. Gucken wir hier lieber. Die ist richtig. Okay. Na, dann komm so. Das wären 1600 Tonnen. Da haben wir. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Weil da hinten die eine Strecke, die ist nicht ganz so einfach. Da muss ich erst mal gucken, ob wir da überhaupt durchfahren können. Ich will mal bei dem Neuen. Also, ich meine, der ist, das ist der Neue. Wir könnten jetzt auch so dahin fahren, aber. Also, ich meine, der ist, das ist der Neue. Also, ich meine, der ist, das ist der Neue. So, ich stelle mal auf die Eins. Bevor ich was falsch mache. So. So, wir können mal gucken. So, der steht auf die Sechs. Der Erste steht auf die Sechs, die Sieben. Die Acht steht auf die Vier. Die steht auf die Eins. Mach mal anders. Mach ich anders und zwar setze ich den davor und dann alles davor. Dann passt das, sollte passen. Aua. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Sind das acht? Ja. 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 Dann hast du angestimmt. Das war's für heute. Ich hoffe, das stimmt so alles, was ich vorhabe. Naja, mehr als nicht klappen kann ich hier auch nicht. 1600 Tonnen, 1600 Tonnen, da bin ich mal gespannt. Ah, wird schon, das wird schon klappen, irgendwie wird das schon klappen und wenn nicht, dann klappt das halt zusammen. Dann haben wir Pech gehabt. Oh. Oh. So ist das halt, ne? Mal gucken, wo wir die im Hafen wieder abstellen müssen. So, jetzt wird es langsam dunkel und es gibt schlecht Wetter, naja, bin ich mal gespannt. So, dann werden wir hier mitfahren. 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 Mal noch. So, dann werden wir hier mitfahren. Jetzt haben wir in die Reihenfolge, ne? Den, den 4 und den 1. Wo kommt der dann hin? Hafen und Stadt. Aber die kommen alle über unterschiedlich, na gut. Nicht so schnell. Mist. Wie haben wir? 30. Wow. Na okay. Den können wir hier wektun. Hallo? Ah, falsch. Hallo? Hallo. Dann können wir den wektun. Ja. Ja, das wird jetzt ein langer Fuß mal. 30. Wir hatten schon mehr, ne? Ach, da sind wir hier geguckt. So, wegen dem Licht. Wegen dem Licht. Hektens. Es ist so. Da wollte ich mal eben reinbringen. Hier bringt nichts. Ja, alles gut. Okay Das heißt Da müssen wir links, äh rechts Muss ich aufpassen Okay, gut So 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 Also lass mal, man muss ja was hören. Nur ich muss lauter sein. Nur ich muss lauter sein. Dann rutschen der Räder. Das sieht man auch da. Ja, wahrscheinlich wegen dem Wetter. Das sollte auch nicht so hoch gehen. Fällt sich aber, ne? Ja, komm, das schaffen wir. Ja, auch wenn es so schwer ist. Kriegen wir hin. Das wird schon passen. Die Temperatur geht auch runter. Das wird nachher noch schwieriger. Da bin ich gespannt, ob das überhaupt klappt. Da hinten rum. Aber ich wollte einmal da über den angeblichen Bauernhof fahren. So, Räder drehen schon nicht mehr durch. So, Räder drehen schon nicht mehr durch. Genau. Wir müssen nämlich rechts rum, ne? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Da dürfen wir fahren. 60, jo. Und dann geht es nämlich gleich bergab. Na, es geht weiter hoch. Das heißt, dahinter geht es bergab. Da bin ich mal gespannt. Gott, wo fahren wir denn dahin? Warum ist denn hier so ein... ? Vergab. Tod, q ist es nach頭? Dann geht es einfach heraus. Die Opp Wickl Kick bei uns mal raus. In der ethics liegt. Looks Luca anschließt okay? Da, ich bin von im Ohrrices. Das werde ich euch bes nuevo. So ein Viadukt, warum haben wir denn hier so ein Viadukt? Wir sind aber glaube ich noch nie hier lang gefahren, da bleibt mir nichts anderes, ich muss Gas geben. Dann halt mit Sand. Bis da oben drauf achten. Ja. 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 Geht nicht unter 10, ne? Ne. Sogar schneller. Ja, sogar schneller. So hört das gleich auf. Sag ich doch, das hört gleich auf. Haben wir noch weit? So weit ist es nicht mehr. 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 Die Strecke. Kann ich euch jetzt schon versprechen. Weil da hinten rum, einmal sind wir, glaube ich, lang gefahren. Aber ich weiß nicht, wo wir dahin sind. Da sind wir hier zum Dings gefahren, ne? Nach SW. Südwald. Und da sind wir hier zum Dings. Und da sind wir hier zum Dings. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin nur gespannt, ob wir da hinten die Werkstrecke durchkommen, wenn wir da unten rumfahren. Also, hier rum. Das wird lustig. Da haben wir nämlich auch langsam Fahrstrecken. Aber wir fahren jetzt erstmal nur bis SRS. Was sagt der da? Das Rücken hat sich gefüllt. 0,8, ne? Ne, 1,8. Wir sind gleich da. Ja. Dann halten wir mal kurz an und gucken uns die ganze Geschichte an, was da ist. Weichen müssen ja eigentlich immer, sie liegen eigentlich immer so, dass man durch den Bahnhof durchfahren kann. Wir gucken uns trotzdem an. Das war's. Wir gucken uns jetzt mal kurz an. Wir gucken uns mal kurz an. Wir gucken uns mal kurz. Vielen Dank. Hier sind Baumstämme. Das ist ganz normale Baumstämme. Das ist nicht der Viehhof. Aber wo soll der denn sein? Das ist nicht der Bauernhof. Oder muss man dafür ein neues Spiel anfangen, dass es sich dann erst ändert. Und da habe ich keinen Bock drauf. Da steht aber auch nirgendwo, wo es sein soll. Das ist ein neues Spiel anfangen. FRF. Haben wir einmal OWC, FM. Was haben wir denn hier? Stahlwerk, Landhandel. Landhandel. Was könnte das sein? FM. OWC. Zentrales Ölfeld. Könnte hier der Landhandel sein? Da haben die den hingemacht. FM. Okay. Okay, okay, okay. Drei. Den hatten wir doch schon vorher, den FM. FE, OBN, MB, I. Sonst ist ja nichts dazugekommen. Ich könnte jetzt noch unterpennen. Äh, nee. Aber wir machen trotzdem mal eine kurze Pause. Und machen in der nächsten Folge weiter. Genau. So machen wir das. Also bis dahin, macht es gut. Danke fürs Zuschauen. Und dann, irgendwann werden wir das schon finden. Hoffe ich. Bis dahin, schauen wir mal. Also bis zur nächsten Folge. Danke, dass ihr dabei wart. Und, äh, tschüss, tschüss.